Stopp! Stopp! Steh mich da hin! Trink mal ein Gläschen Sekt und was muss ich hören? Ich bin ja okay, mein einziger Rusty, der noch spielt. Ich bin ja dankbar. Ich bin ja dankbar. Was machen wir denn jetzt, Karin? Ich hab mich mal ganz süß gefunden. Ich hab mich mal ganz süß. Stopp! Ja, wir tragen... Alle drei! Natürlich. So! Der neue Beufel, The Rustys. Drei Generationen. Ich erkläre das jetzt. So. Was wir machen werden, glaube ich. Kennt ihr das Spiel Abklatsch? Kinder? Ja. Wenn ich um den Garten bin und ich sage, dann kommt der Kuba, dann kommt das rein. Hölle! Vögel! Aber jetzt will ich nicht rennen. Kax reischt! So. Das machen wir mit Starlight Express. So. Okay. So. 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 Ich hab auch was zu gespielt, hab ich vergessen. Starlight Express, sag es mir. Starlight Express, ich brauche dich jetzt. Und wünsche mir du es dir. Wenn es dich gibt, dann zeigen wir dich, damit ich dich verziehe. Starlight Express, Starlight Express. Und wünsche mir, wenn es dich verziehe. Starlight Express, Starlight Express. Und wünsche mir, wenn es dich verziehe. Starlight Express, Starlight Express. Und wünsche mir, wenn es dich verziehe. Und wünsche mir, wenn es dich verziehe. Und wünsche mir.